Ist der neue Patch in F1-24 gut oder schlecht? Wir haben es ein wenig getestet und meine Meinung hier in diesem Video. Oder? Lass uns die Überholtaste benutzen, dass wir etwas Energie aufbrauchen. Das fühlt sich an wie so ein Spielzeugauto. Der neue Patch, ja irgendwie weiß ich gerade nicht, was ich davon halten soll. Meine ganzen Grafikeinstellungen waren verstellt. Und irgendwie fühlt sich das alles ein bisschen komisch an. So wackelig und so leicht vom Auto her. Mein Force Feedback ist anders. Bis jetzt bin ich nicht so positiv gestimmt, glaube ich. Grüne Flagge. Zack. Also ich habe jetzt das Force Feedback auf 85 oder so oder 86 seit dem Patch jetzt hier. Was ist denn das? Das fühlt sich immer noch so, so, so komisch an. Hä? Das, was ist denn das? Haben wir irgendwas am Force Feedback geändert, einfach beim Patch? Ich komme aus dem Urlaub zurück und auf einmal ist es irgendwie so, ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht beschreiben. Der Wagen fühlt sich an so richtig so leicht, obwohl ich sie ultra hoch stelle. Ich hatte das mal bei 80 oder so das Force Feedback. Jetzt ist es einfach fast auf 90 und es ist trotzdem nicht so schwer oder schwammig. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Haben wir jetzt schon 20 Uhr, ey. Wie schnell geht es halt bitte rum? Boah. Scheiße, meiner. Bin so am Altgrutschen da. Sind beide... Boah, was ist das? Check's nicht. In dieser Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlab. Verstehe ich jetzt gerade mit dem Handling. What the fuck? Also irgendwie... Ich bezog mich der neuen Patch noch überhaupt nicht. Was ist das? Ich fahr jetzt stets nicht. Vergesst nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Dann hoffentlich, wenn ihr da vorne kämpfen lasst, hoffentlich verlieren die da viel Zeit. Was ist denn das? Das fühlt sich so komisch an. Hast du das gesehen? Das fühlt sich gerade echt sehr komisch an von der Handling her. Also ich bin gerade gar kein Fan vom neuen Patch. Ich weiß auch nicht, ob es bei mir so ist, ob ich die falsche Einstellung habe, aber irgendwie fühlt sich das ganz billig an. Ich fühle kein Gewicht vom Wagen mehr. Ich bin nur am Wegrutschen. Komisch. Es ist so schwammig. Es fühlt sich unrealistisch an. Ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie... ...wieder schlechter geworden. Hä? Ich weiß auch nicht, dass du vorbeikommst. Versuche es mit der Überhol-Taste. Kein Subback geschafft. Auch hier vielleicht... Oh, vielleicht... Sorry. Von innen rein. Aber es fühlt sich ganz... Ich kann also... Ich kann nicht mehr so filigran lenken, finde ich. Es ist irgendwie... So weird. Ich weiß nicht. Irgendwie hat er irgendein Handling-Update. Also es fühlt sich ganz anders an. Aber es fühlt sich schlecht. Das Force-Tact fühlt sich ganz... ...lash an. Okay, du hast eine Position verloren. Bleib mal mal. Ich raffe, was wir gemacht haben. Ich habe einen Force-Tact hochgestellt jetzt an... ...an der Stärke her. Aber trotzdem hüllt es das Lash an. Ich raffe es nicht. Alles klar. Der Wagen fühlt sich so leicht an. Ich mag es gar nicht. What the fuck? Okay, alles klar. Wir gehen außen rum. Er geht innen wieder rein. Vorm Curve sind wir vor ihm. Boah. Das ist ein Battle hier. 2,5 Sekunden. Sauber gemacht. Gute Arbeit. Du Assi! Mann! Ich wusste, dass du da auf Lau hast. Auf den Scheiß DS-Messpunkt. So könnt ihr erst der Früh jetzt aus. Das ist hart. Das ist hart. Das war cool, wie da vorne. Ist das qualifiziert? Tja, das war auch der. Das war cool, dude. Bin ich feins? Hä? Bin ich blöd? Das war cool, ich weiß. Dein Vordermann hat sich jetzt auf Mediums umgestellt. Vordermann jetzt auf Mediums unterwegs. Ich schreibe wieder viel zu laut. Gappi, moin. Wir machen noch 5 Runden rein jetzt gleich. Fake Limits! Okay, letzte Runde, bring dir's to Ende. Hallo! Oh, mein Gott! Was ist das denn? Ich schreibe wieder. Tschüss! Ich schreibe wieder. Aberpasst, ich kann sein. Aberpasst, kann sich mal mal gut gehen. Ich lasse das. Hallo! Ich schreibe wieder. Ich schreibe wieder. Allesge Schön! Und weiter geht's! Oh, Johann! Boah! Ah, jo! Hä? Was war das denn? Achso, hä? Das war zu vielfuhrig. Wie kann man da so reinspringen? Ja, ey, genau das meine ich auch. Das Auto fühlt sich an, als wäre da gar kein Sprit drin. Das fühlt sich an, als wäre das irgendwie eine Feder. Wo ist der Sprit? Das fühlt sich so leicht an. Ich checke es nicht. Was haben die gemacht? Bin ich der Einzige? Schreibt die Kommentare. Also, Hilfe! Hilfe!